yo youtube was geht ab jetzt mit diesem neuen video auf meinem youtube kanal crossriegel und zwar jetzt wir sind wieder da wo alles an angefangen hat hier macht es aber mit dem brettengang alter ähm äh den teil skrippig bisschen ja nice das kann ich nicht tun fuck fuck nein rein random auf zack 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 voll richtig rein und gucken was so mit der geht echt richtig geil uuuuuh das war's fast ok die ist mir aber nicht gut was ist das denn ich bin ja fast wie Nico alter die fährt ja mega nach vorne wow was war das denn bei waa trecker alter Das ist so lange her. Geil. Boah, ne. Kacke. Der war noch im zweiten geblieben. Richtig gut. Boah, das ist so lange her. Geil. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wooh. Das war ein. Das war ein. Das war ein. Das ist jetzt richtig ungewohnt. Scheiße! Wieder, Mann! Was für eine Kacke hier! Ich tricke richtig aus heute. Das ist so ein Arsch! Das ist ein Arsch! Ja, Junge! Das ist ein Arsch! 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 Wuhuuu Los! Ja! Weißt du geil, oder? Gleich nochmal! Alter! Digga, der hat mich gerade gebissen! Hahaha! Hallo! Und wo ist er denn hin? Ach, da oben! Und jetzt los! Alter! 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 Hä? Haha! Haha! Oh! Oh! The real spin, ey! Oh fuck, ey! Ach, Mann! Die Kupplung packt mich auch richtig ab! Aber was ist das? Warum macht man lange Henkel, Alter? Ich komm die ganze Zeit gegen meinen Freer, Alter! Ja! Scheiße! Fuck! Oh, die Kupplung, Alter! Scheiße! Scheiße! Oh, fuck you! Und Jägerwänder, Alter! Ich bin voll in dieser Relle da gewesen! Voll in dieser Relle da gewesen! Ich bin voll in der Relle da gewesen! Ich bin voll in der Relle da gewesen!